Klimawandel Angela Merkel möchte den Klimawandel stoppen. Sie möchte den CO2-Ausstoß einschränken. Donald Trump denkt, dass es den Klimawandel nicht gibt. Er denkt, dass es nur eine Legende ist. Was ist überhaupt der Klimawandel? Der Klimawandel ist die Erwärmung, die normalerweise von der Ozonschicht zurückgehalten wird. Die Ozonschicht wird aber dünner. Die Ozonschicht filtert normalerweise die schädlichen Stoffe und einen Teil der Wärme aus dem Sonnenlicht heraus. Sie wird durch die Treibhausgase zerstört. Den größten Anteil am Klimawandel hat der Mensch. Zum Beispiel Fabriken, Flugzeuge, Schiffe stoßen große Mengen CO2 aus. Die Folgen sind Dürreperioden, dass der Meeresspiegel steigt und Wetterextreme. Ende